so wirklich nicht schlecht oder also weiß nicht vogelfresse was zum toll ist das denn spiderman macht einen starken lichtung okay okay das das kann ich mir wieso kann ich mir das nicht es wird doch angezeigt und ich habe ich nicht ich habe 4000 ja komm kaufen wir einfach mal alles warum nicht was haben wir hier nicht genug kohle und raus spider sense fire spear point taken another boy band are you guys going to sing for me erziebe ausweichen manchmal konnte an gegner kontern gegner spidermans netz sieht das wird durch ein wahren symbol über spidermans kopf angezeigt drücke x um aus dem weg zu springen hinter dem feind zu lernen jetzt die ausweichen kanäle zählen ich wette die dicken weichen aus spring runter Oh, hinter dir, hinter dir Ja, also der Spider-Man ist auch schon ein bisschen Der ist schon witzig Aber nicht so witzig wie Deadpool Ne, 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 ne Aber nicht ganz so cool wie Deadpool Oh, hier ist noch so ein Symbol Da bin ich schon wieder versucht, jeden Scheiß einzusammeln Weißt du, das ist einfach Das haben sie taktisch gut gemacht, weißt du Das ist so Das ist so das Einfachste, was du ins Spiel reinmachen kannst Weißt du, Sachen zum Sammeln Das ist Ich wünsche das alle einfach Wo bist du denn, warum schreist mich so an? Ich hab auch Gefühle So, jetzt will ich die restlichen Dinge auch noch einsammeln Wie, wie, wie Achso, Zeitlimit, seit wann steht denn das Zeitlimit da? Ich hab's vorher noch nicht bemerkt Ja, ohne Wiss Da drin ist auf jeden Fall noch ein Symbol Aber hier oben Dahin ist noch eins Yes I got the surprise for you Yeah, yeah, yeah Ah, ich bin kein Fräckling Nein, nein Ach komm, weißt du was Schau dich da vorne Ah, shit Ah, Netzhebel ist auch noch eine Herausforderung Es gibt sogar mehr Symbole als ich haben muss Okay, sag mir das auch jemand Na, das war saudumm einfach nur Ich hab das Netzhebel-Binges nicht gemacht Scheiße Ich glaub nicht, es wird funktionieren Hm, ich muss noch einen anderen Weg finden Oh, komm Sorry, ich bin allergisch auf Böden Sie verhören meine Komplettung Ah, du kannst noch immer schlafen Na, super Danke Danke, dass hier noch Freunde kommen auf Vorhinein Er ist all meine Oh, komm Komm, du löser Ach, du kannst echt nix, Alter. Du kannst ja nix, Alter! Du kannst nix, Junge, du! Versteh los! Na, komm, mach! Oh, scheiße, ich bleib stehen, ey. Was mach ich jetzt bloß? Oh, verdammt. Oh, erstmal ausrufen. Ach, scheiße, ey. Kaffeepause. Erstmal will ich keinen Kaffee trinken, weil es einfach nur eklig schmeckt. Erstmal das Butterbrot auspacken, ja genau! Was Mutti schön geschmiert hat, wa? Ja, ja. Sooo. Hätte ich auch gleich damit kombinieren können. Okay, hast du. Da hab ich nicht dran gedacht. Don't crowd now. You'll all get your turn. I promise. Ooh, ooh, is this a private fight, or can I join you? Victory! You shall block this game. You shall block this game. Nochmal Craven. Nochmal bitte. Danke. Du bist so schlecht, Alter. Well, well, company. And I didn't even bake a cake. You test my face on it. And some for you. I can do this all night. Du kannst einprügeln, dann dich ranziehen mit dem Netsi. Zack, zack, zack. Und da ist direkt der nächste kaputt. Das ist so geil. Es macht echt Spock mit dem Typen hier zu kämpfen. Das sind so gut. Basti, w Molly! Du kannst den geräuschieren, sag ich nicht. Also ich hab mir gewonnen. Genau. Sonst und die Springs auf der du wirst. So, das ist einfach gar nicht. mal gucken was haben wir denn hier eigentlich alles so dass gehalten alter 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 im ersten richtigen level schon so viel freig ist das sind eigentlich noch vorausforderung das ist da oben was ist das da oben jungen was habe ich denn hier alles freigeschaltet ich schalte einen riesenjäger ok schalte craven in der käfig arena aus ok das kommt wahrscheinlich gleich noch finde alle versteckten spinnen ok den rest der kohle der essenz sparen wir uns einfach mal wir wollen jetzt natürlich craven erstmal platt machen die sau wir kommen anscheinende die arena oh ja let me guess two men enter one man leaves wow love your headdress is that from the skull collection may i suggest an accoutrement perhaps something from the webbing collection ah classic spiderman spiderman he 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 Oh, Herr D4! Zack, 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 zack! Das ist das Beste, oder? Ich bin ein Mann! Ich versuchte dir einen richtigen Wunsch. Ich versuchte dir eine Wünschung. Und ich bin ein Mann meiner Welt. Und jetzt ist das Endgame. Er ist blind durch die Wunschung des Wunsch. Warte, um ihn zu schrauben, dann zu schrauben. Zu lang. Zu lang. Mach deinen... Ich glaube irgendwas von... Er ist blind vor Wut oder sowas. Und wir sollen warten bis er angreift und dann austauschen müssen. Oho, Junge, Alter. Mies runtergekickt, Junge. Oh, shit. Body Slam Action. Ich kann schon... Booster, denn, booster, denn, booster, denn. Suck! Ich bin jetzt, mein Freund! Nein! Wieso? Geht doch, geht doch, geht doch! Alles klar, Kollege. Was ist das denn jetzt? Schupen schlagen manchmal zurück. Bleib wachsam und weiche aus. Alles klar, habe ich, habe ich, habe ich. Ich brauche nur die ganze Zeit eigentlich zurück. Ist ja einfach, Alter. Sobald er irgendwie ein bisschen ausholt, brauchst du einfach nur zurückziehen, das war's. Sag mal, sind wir hier gegen Fightnate, oder was? Schau dich kaputt, Juni. Zack, 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 Bartz. Gut gemacht, halt die Augen nach Angriffen offen und schlage zurück, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ja, ist der Juni, ich bin Boxster, Alter. Das ist ja voll hier. Lächerlich. Tja, Junge. Was willst du machen? Hat der immer noch nicht genug, ich verstehe das nicht. Dass Leute nicht auch dann, nicht wissen, wann genug ist. Ja, das ist natürlich scheiße. So. 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 Wo ist er denn, wo ist er denn, Kamera, Kamera? Aufpassen jetzt. F**k, Alter. F**k, Alter. Die Kamera, Alter, teilweise. Und so. So. Zsack, zack, zack, zack. Hier. Und zurückweichen. Rechts, links, 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 rechts, und so weiter. Er besiegt, der mich. Dieses Wunsch ist vorbei. Und als Vektor, ich commande, dass ich dich zu verlassen habe. Holy cow, das funktioniert. Okay, äh, lass uns den Kraven holen. Das wäre so heftig, wenn ich die Herausforderung alle Spinnen finden würde, oder ich es schaffen würde, ey, das wäre krass. Na gut. Na gut. My men have abandoned me because of you. You made a mockery of my teachings. It wasn't so much a mockery as a complete shambles. I have failed. And now I have nothing left. No dignity. No honor? Sergei, don't do something you're gonna regret. Nothing will stop me from using this! Great, you did something I'll regret. Woah, where do you- Right behind you. Such bum. I have the speed of the tiger, the strength of the lion. And like the great cats, I shall play with my prey.